Und die Anwendung muss mehr Überlebende geben. Es kommt noch ein Hubschrauber. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Jurassic Park. Wir müssen jetzt in den Hubschrauber, um nach Hause zu fliegen. Äh, oder? Was? Warte mal. Was sagst du hier? Na, nix. Gut. Dann gehen wir mal. Ingen. Keine Hunde, keine Dinos, keine Äpfel. Vor 15 Jahren hatte John Hammond einen Traum. Doch in der nächsten halben Stunde wird John Hammonds Traum in anderer Gestalt in Erfüllung gehen. Heute Abend werden wir den Jurassic Park San Diego mit einer Mega-Attrakte... Das Schiff ist da. So früh schon? Ah! 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 Ach, du liebes bisschen. Hast du das gesehen? Was hab ich denn, natürlich hast du das gesehen? Wo waren die denn alle hin? Zum Schiff, glaube ich. Hallo, dich will ich gar nicht. Das will ich. passiert ja die kriegen jetzt hier alle erstmal eine geballert ja nicht mehr da ja ich ziehe schon von batman da würde ich noch gar nicht in danke pulitzer preis gab es bei den alten batman macht man wärst du nicht da gewesen dann wäre er nicht ich meine jetzt nichts passiert aber und der schauspieler von johnny die heißt nochmal keine ahnung gerade den joker gespielt hat hier kann ich nicht schreien na gut dann müssen wir jetzt wohl oder übel dahin kledern so gut dann müssen wir jetzt wahrscheinlich hier das aufnehmen und da rein stehen lieber nicht ja ein überlebenden zu amara 2 Die Dorsch. Gut. Machen wir hier mal wieder alles kaputt, wie sich das gehört. Muss ja alles sauber sein hier. So viel Gerümpel da. Gut, dann bauen wir das hier mal auf. Reinspringen. Achso. Jetzt verstehe ich es. Oh. Oh. Hm. Ja, das ist wohl blöd gelaufen. Oh. 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 Oh oh. Oh! Oh. 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 den kann ich mir nicht holen also gut schade eigentlich aber hier kann ich hin aber was haben wir denn da gut jetzt kannst du hier um springen wir sind gute piraten da kommen wir ich weiß dass ich nicht zur crew gehöre ich glaube da ist eine hand da sieht man links nach gut so das war es hier mit jetzt kann ich hier drin noch was machen da ist die wieder laut macht komische geräusche gut dann kommen wir mit melken und man das kaputt machen nein alles kaputt macht doch hier keinen stress nicht mehr noch mehr junge noch mehr junge nervt doch nicht danke Kann ich da durch? Nein, habe ich vergessen. Los, komm! Nein, lassen Sie das! Wir werden ein größeres Boot brauchen. Wir haben alles hier, um das Tier zu bändigen. Wir müssen es zum Hafen bringen. Wo ist das Jungtier? In einer gesicherten Anlage. Warum? Wo ist diese Anlage? Wie finden wir den Großen? Wir folgen den Schrein. Wo ist die Klaue? Wo ist die Klaue? Oh! ok noch einmal los kommt das weiß ich nicht oha Ja, hallo. Aber kein Taxi. Okay, seitlich ist nun noch schlimmer zu lenken. Nee. Ist er irgendwie durch? Sorry. Yes. Dann wollen wir mal. Bereit? Wo ist der Rex? Ist er noch hinter uns her? Ja. Oh, da bist du ja. Warte, 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 warte. Geschichte beendet. 100%. Ja. Minikit 1, glaube ich, ne? Minikit 2. Ian Malcolm, San Diego, Sarah Harding, Ingen-Hafenmeister, Ingen-Investor-Geralt, Angler Jim. Und das war's. Spiel... Was? Egal. Streifenwagen. Ein. Beigeschaltet. Rachiosaurus. Zwei wahrscheinlich, ja. Geschichte beenden. Hm. So jetzt haben wir das gemacht jetzt noch Jurassic Park hier ne den hier Jurassic Park 3 steht da noch irgendwas ne ich weiß gerade gar nicht wie er heißt naja egal auf jeden Fall den dritten und letzten von Jurassic Park ich hoffe es hat euch gefallen links kommt ihr zu meinem Kanal rechts sind weitere Videos verlinkt das gerne ein Like und Abo da wenn euch dieses Video gefallen hat und da würde ich sagen bis zum nächsten mal bis zum nächsten Mal